Mein Name ist TJ Shorts. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin aus Tusson, California und ich bin der Point Guard für die Telekom Basketball. Ich bin Dinos. Welcher Spieler war dein Vorbild? Mein Idol, den ich meinen Basketball-Style bekomme, ist Chris Paul. Ein NBA-Spieler, den ich mein Spiel nachmodellen möchte. Das ist jemand, den ich in der Basketball-Werde anschaue. Wieso putzt du die Hände immer an den Schuhen ab? Der Grund, warum ich meine Schuhe immer öffne, ist, dass ich ein extra Grip auf der Karte kann, dass ich Cross-Overs machen kann, dass ich schnell fahren kann. Das hilft mir, ein besserer Basketball-Spieler zu sein. Wieso trägst du das Gewiss beim Basketball? Die Hände im Basketball sind sehr wichtig. Wenn du ein Hände auf die Hände bekommst, dann mit jemanden mit den Händen. Das ist ein physisches Spiel. Du musst die Hände schützen und die Hände schützen, wenn du da spielst. Möchtest du nach der Saison in Bonn bleiben oder wechselst du? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, was in der Zukunft ist. Wieso hast du immer andere Schuhe an? Ich möchte meine Schuhe an den Händen, um meine Persönlichkeit zu zeigen. Ich möchte meine Schuhe an den Händen, um meine Persönlichkeit zu zeigen. Und um andere Schuhe an den Händen. Es gibt viele Schuhe an den Händen. Bez法innen und Schuhe an den Händen. Ich bin mit einem Schuhen in der Händen. Aber ich weiß nicht. Ich bin Benjamin, 11 Jahre alt, spiele auch bei den Telekom Baskets hier in der U12. Warst du schon immer Nummer 70? Ich habe noch nie 70 gewonnen. Ich habe eigentlich noch Nummer 3 gewonnen. Aber wenn ich hierher kam, wollte ich eine Veränderung. Also, ja, ich habe es viel geändert. Wie lange spielst du schon Basketball? Ich habe schon seit lange, wie ich mich erinnere. Vielleicht seit ich 5 oder 6 Jahre alt war. Wie kamst du auf Basketball? Wo ich bin, haben wir viele Sportler gespielt. Ich spielte viele verschiedene Dinge. Aber es war immer mein Favorit. Das war etwas, was ich gut bin. Ich bin immer mit dabei. Gefällt es dir in Neuseeland oder in Deutschland besser? In Neuseeland. Nein. Es ist nur mein Haus. Es ist meine Lande. Es ist irgendwo, die ich liebe. Aber es ist ein kleines Ort. Und es ist gerade am Boden des Weltalls. Also, in dieser Phase in meinem Leben ist es unglaublich, hier in Deutschland zu erleben und zu erleben, etwas anderes zu erleben. Magst du Rugby als Neuseeländer? Ja, ich liebe Rugby. Ich habe es immer wieder gespielt. Ich habe es immer gespielt. Ich liebe es. Und das Land liebe es natürlich. Und ja, ich freue mich wirklich. Was sind deine Tipps für mich, damit ich richtig gut werde? Mein Tipp, den ich immer mit Basketball sage, ist, einfach mit dem Spiel zu lieben. Und dann, das hartere Arbeit und alles. Es fällt einfach in den Platz. Also, ich liebe das Spiel. Und alles wird in den Platz. Was ist dein Lieblingsbasketball-Shoe? Mein Lieblingsbasketball-Shoe. Ich habe eigentlich keinen, aber eigentlich mag ich alle. Ja. Wenn du irgendwo in der Welt gehst, wo würdest du gehen? Neu-Zeeland. Das wäre vielleicht pre-arranged. Ja. 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 Ja.